Hallo ihr Mäuse! Heute habe ich für euch Nuclear Wommel mit ihrer letzten Platte CLAP. Ich hoffe das richtig ausgesprochen. Die 2005 gegründete polnische Schweine-Kombo sollte ein jeder Grinder auf dem Schirm haben, da die Gopronner gerade in europäischen Schweinestellen sehr aktiv sind. Auch wir hatten schon das für Gnügel mit dem zu musizieren. Okay, was steckt in dem Schinken? Wir haben hier Fuchsensteaks, die in ca. 30 Minuten zubereitet werden. Schwarten wie Vagina Denata, Beaver Fever oder Rock'n'Roll Dschihad werden hier verköstigt. Mein Einspieltitel Geisha Bonner. Dies ist das dritte Album der kleinen Schweinchen und wurde 2015 von Mad Lion Records produziert und veröffentlicht. Gut produzierter Wargrind ballert einem hier vor das Fressbrett. Diese Schweinehaxe sollte man als Grindjünger bereits erworben haben. Sollte dies nicht der Fall sein, auf zum Metzger des Vertrauens. Okay, das war's für heute, meine kleinen Ringelschwänzchen. Wir sehen uns demnächst. Adios!